Hallo, wie geht's? Oh, Ups! Äh... Sind alle drin, oder? Ja. Warum bist du gell? Viel Spaß! Viel Spaß! Ah ja, perfekt, Smeggy ist auch drin. Viel Spaß! Oh, ich bin, äh... Schwapper. Jusine, Cutie, danke für die Re-Subs. Hier haben wir nix. Gehen direkt mal ein Step rein. Du Smeggy, du Sau. Wo kommt Franz... Ah, Franz ist, äh... Chamäleon, oder? Der ist einfach aufgetaucht, random. Oh, da hab ich mich verguckt. Ne, der ist einfach aufgetaucht neben mir. Items ist hier. Shorshi, Franz, Jeff... Ist das Sakuri, ja, ne? Sakuri, Jeff und Franz sind hier. Und Shorshi. Sakuri, Jeff, Franz und Shorshi. Bin ich mal gespannt jetzt. Lauf mal nach oben. Oh! Ist da grad jemand in Light gewendet? Ja. Yes. Ja, ich auch. Jetzt wollen wir's alle sagen. Ja, raus mit der Wahrheit. Es muss ein Morphling sein, weil... ein Smeggy hat gerade gekillt. Äh, ja. Also Smeggy macht kumme Kills, aber so nun jetzt auch nicht. Ne, vor allen Dingen ist Smeggy Chameleon und steht immer noch an Simon Says. Das ist die Wahrheit. Und... Hm... Watt, mit wem bin ich da gerade gelaufen? Mit mir. Hi. Ja, ich dachte, du bist Schameleon, Franz. Ne. Du bist aber Morphling. Nein. Okay, schade. Könnt ihr mal, vielleicht mal kurz erklären, was passiert ist? Also eins, Maggie ist hingerannt, hat Sakuri umgeschnetzelt und ist zum Wendt gelaufen und ist dann wahrscheinlich von... Warte, das ist Sakuri! Aber dann ist es ja... Und wir sind... Jeff ist mit mir rübergelaufen, Franz war noch hinter uns und Smeggy steht halt dann wohl als Chameleon an Simon Says, aber das weiß ich nicht. Ja, aber es waren dann nur zwei andere Leute mit Smeggy und mir da oben drin und das waren Items, äh, sind wir mit MFicked Items, Smeggy und ich, die dann nicht mehr drin waren. Und Smeggy und ich, wir sind sofort losgelaufen, sprich... Äh, nee, Jeff war doch zum Beispiel auch unten. Ja, aber ich kann ja... Ja, pass auf, Shoshi, Jeff, Franz und Sakuri waren in Reaktor. Die vier habe ich da zurückgelassen. Wer nicht mehr da war, das waren, äh, Items, Smeggy und ich. Und Smeggy und ich, wir sind sofort losgelaufen, sprich die einzigen, die ihn wirklich gesampelt haben könnten, wenn sie es nicht sofort am Rundenanfang gemacht hätten, ähm, wären ja Items und ich. Genau. Und deswegen ist der Morphling zwischen dir und Items. Ja, muss nicht sein. Es kann aber auch sein, dass jemand aus der Masse, weil ich stand an Simon Says und bin da auch stehen geblieben, ähm, da waren einige dann. Also, ähm, Jeff kam auch noch dazu, ähm... Ja, aber wir können uns doch rausnehmen, Shoshi. Wir können sich ja gegenseitig rausnehmen. Ja, okay, wenn ihr euch rausnehmen könnt, dann stimmt das. Ja, einige und du nennst einen. Also, wenn es einen Morphling gibt, ich habe kurz vor Ende noch Schwarz gesehen. Äh, ich. Nee, ich. Ach so. Ach so. Du bist verstanden. Das erkenne ich gar nicht. Da ist so viel Ananas. Aber wenn das stimmt, dann bin ich's, dann wot ich mich. Ja. Ja, das würde ich auch tun an deiner Stelle. Besser wie ich es als. Oh, ich wollte nur gar nicht mehr. Das ist wieder Mayer. Morphling auf Items steht ganz vor im Kurs gerade. Aber ihr könntet auch mal sagen, was in die Trap gelaufen ist. Oh, und das ist gar nicht gut. Der Trickster hat alle seine Boxen schon aufgestellt. Anscheinend. Hier ist einer. Der Trickster war irgendwo da unten drinne. Und da können wir auch relativ gut ausschließen, wer das gewesen sein könnte. Weil zu viele Leute in Reaktor waren. Und die Boxen haben ja einen Cooldown. Sprich... Na? Ich muss mal gucken, ob... Die letzte Box... Nee, also das finde ich jetzt frech. Ich habe vor mir gekillt und bin in den Band gesprungen. Deswegen habe ich auch reported. Was? Du hast vor dir gekillt? Ja. Ich habe als ich vor mir gekillt und bin dann in den Band geübt. Das ist doch, Smeggy. Also... Dann haben wir keinen Morphling drin. Nee. Also, warte, nein, nein. Darf ich? Also, wer mich gemorpht haben kann, sind es theoretisch... Äh, Julie... Katze... Franz... Wait, was? Ich? Ja, du bist ganz am Anfang auch mal runtergelaufen. Auf dem Balcony, auf die... Zu den Satelliten. Ja, aber es geht das nach 30 Sekunden. Also, Franz und ich waren gerade weiter oben. Ah, ich war nie auf dem Balcony. Aber lass erst mal weiterreden. Ja, gut, dann... Das wäre jetzt so mein Guest gewesen. Ja, dann habe ich keine Ahnung. So, pass auf. Ich bin von der Weapon Stars weggelaufen. Da ist Terse gerade ran. Der steht hinter Smeggy. Ich laufe nach oben. Das Licht geht aus. Oben treffe ich Julie. Und ich dachte, oh cool, Julie bringt mich jetzt um. Ich laufe wieder runter zu Smeggy, weil sich der ist safe. Du läufst auch auf dem Balkon. Und wenn du Smeggy nicht gesehen hast... Aber Smeggy muss hundertprozentig wissen, wer er getötet hat. Ja, also das, was Shoshi erzählte, ist schon richtig. Von mir hat eine Shoshi getötet. Ich war immer noch in der Weapons Task. Habe auch geschossen, aber ich konnte da durchsehen. Und habe gesehen, wie Shoshi Herse getötet hat. Das Ding ist, ich habe dich nicht gesehen, Franz. Und der Kill ist jetzt nicht gerade erst gefallen. Sondern, wie Shoshi gesagt hat, die Person ist schon weggewendet sogar. Du hast gerade reingesprungen. Also, ein bis zwei Sekunden. Ich habe das Umfallen gesehen, habe gesehen. Ich bin da gerade in den Band gehüpft und habe reportet. Weil ich dachte, das bringt eh nichts. Du hast mich bei Licht an nicht gesehen, Smeggy? Nee, ich habe mich nicht gesehen. Weil ich stand in mir drin. Okay, interessant. Smeggy, hast du Shoshi zweimal gesehen? Nee, ich habe nur eine Shoshi gesehen. Also, ich habe aber gesehen, dass die Tür links geöffnet wurde. Also, dass da jemand reingelaufen ist. Würde das vom Timing her auch ein Bait sein? Ach, komm. Ja, aber da müsste jemand sagen, also guck mal, jemand ist wirklich hier weggewendet. Aber die Tür ist auch aufgegangen. Das heißt, entweder... Aber die Türen gehen auch, glaube ich, manchmal durch die Geister auf. Nee, eigentlich nicht. Also, wir haben das Morphling-Problem gelöst. Das Morphling... Da war... Wir haben noch einen Trickster. Wir haben gerade trotzdem das Morphling-Problem gelöst. Entschuldigung, wer hat das gesagt, mit dem wir haben das Morphling-Problem gelöst? Ja, meine Wegen. Ja, Entschuldigung, ich... Hi. Fress, wie viele Gäste haben wir? Haben wir ein Gäste pro Fraktion? Ja, drei insgesamt. Okay, weil Shoshi... Wenn Shoshi jetzt gegästet, ist das kein Crewmate. Ich denke, die dritte Kiste steht einfach... Ja, die steht einfach hinter dem Satelliten. Die dritte Kiste. Sprich, der Trickster war in der ersten Runde nur in Cafeteria. Und das können wir rausfinden. RIP. Joshi ist tot, liegt im Greenhouse. Hinter den Pflanzen. Jeder hat mir immer noch versucht, die so ein bisschen zu verbuddeln, aber... Guckt der Stumpen noch so raus. Der Stumpen... Wie bist du da hingekommen? Mit meinem Bein. Aha. Haben wir uns nicht oben Reaktor gesehen? Ich bin nur in T-Con reingelaufen, weil ich gucken wollte, ob in Reaktor eine Trickster-Box steht. Aber die Trickster-Boxen stehen alle in Cafeteria. Ich gehe davon aus, dass die dritte einfach hinter dem Satelliten liegt. Sprich, der Trickster muss jemand sein, der die erste Runde nur in Cafeteria rumgechillt hat. Das hilft super. Ja, weil Franz, Maggie und Jeff raus sind. Aber hat Franz nicht gerade gecallt, dass Joshi kein guter Gesser war? Yes. Joshi kann immer noch neutraler Gesser sein, ne? Guck mal, es kann auch sein, dass Joshi den Kill gemacht hat. Das Ding ist, wie gesagt, wenn kein anderer bestätigt... Also es kann auch sein, dass sie auf dem Weg zum Wend zu rennen an der Tür so vorbei lief, dass die Tür aufgegangen ist. Oder dass sie wirklich sich selbst killen gesehen hat. Also das kann ich nicht beurteilen. Ja, vielleicht war sie neutraler Gesser so, aber sie wird ja nicht Evil Gesser gewesen sein. Weil Items war wahrscheinlich wirklich Morphling. Dalu, hast du in der ersten Runde, wo warst du da? Du warst ja wahrscheinlich Atentable irgendwo in die Richtung unterwegs, oder? Also ich hab... Erst hab ich Terz da ausgelacht, dass er jede Task langsamer war als ich. Dann war er leider tot, was sehr schade war. Dann war ich am Ende Mad Bay. In der ersten Runde. Ich bin ja nicht weit gekommen. Linda, weißt du irgendwas aus der ersten Runde? Ich weiß gar nichts. Ich hab die ganze Zeit meinen Mund gehalten, weil ich dachte, ich hab hier keine wichtigen Infos. Deswegen lass ich lieber die anderen reden. Oh. Und in der ersten Runde hab ich auch noch meine Legs wieder gefixt. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Ich hab heute schon Sprachfehler. Oh, der Waffe ist ja alles klar. Deswegen rede ich nicht, weil ich heute nicht reden kann. Ich habe meine Legs repariert in der ersten Runde. Deswegen stand ich in der ersten Runde nur im Blauen Spät. Ach, deswegen. Okay, stand sie wirklich. Oh, okay. Dann sind was gebracht. Also die Legs hat und ich muss ja als Task Manager und bla bla bla. Juli, du bist Trickster, oder? Ich? Juli. Ja, ich bin definitiv Trickster. Gucken wir mal. Oh, schade. Ging nicht mehr durch. Das wäre ganz schön episch gewesen. Franz, wir waren doch beisammen. Wann denn? Cafeteria. Juli war nicht dabei. Geil. Die dritte Box liegt. Die dritte Box liegt relativ sicherlich, Alter. Würde ich von aus. Wobei, die dritte Box liegt wahrscheinlich einfach auf dem Launchpad. Das kann auch sein. Es kann sein, dass die dritte einfach auf dem Launchpad liegt. Okay, nur eins, zwei. Tschuldi, nein, tu es nicht. Danke. Passt mal auf. Dritte Box. Ach, Mann. Nevermind. Trap. Oh ja, die liegt hier. Ja. Der war hier hingeschmissen. Sprich, Smaggy ist nicht Trickster. Ich weiß, dass der oben lang gelaufen ist. Ich mache meine Tasks mal fertig. Da habe ich nichts zu tun gerade. Das war super. Wer ist es, Dalu? Ich habe keine Ahnung. Mein Plan hat nicht funktioniert. Das Licht ging aus. Was? Was war denn dein Plan? Du hattest Angst, Dalu, Alter. Ich hatte einen super Plan. Okay. Erzähl doch mal. Ich bin zum Button gelaufen. Ich kann nicht bestätigen. Kann nicht bestätigen. Franz ist jetzt zum Button gelaufen. Ja. Es war wirklich, also puh, das war knapp. Leute, ich habe einen Sass auf Vivi, aber ich versuche es mal bei Julia. Oh. Also, Franz, auf mich haben meistens Leute Sass. Also war eine gute Wahl. Ich bin ja auch cool. Ich wusste nicht, dass es einen guten, einen neutralen und einen badgesser gibt. Wieso armer items? Das war ein bisschen belastend. Ja, du wurdest rausgevotet. Ich habe erst mein Flauschehörchen im Cosplay rausgenommen, dann teerst du umgenietet. Ich habe es also wirklich provoziert. Aber ich habe nicht gerechnet. Ja, Shoshi, es gibt einen guten, einen bösen und einen neutralen. Das weiß ich jetzt auch. Danke, Franz. Wir wissen, wir sind nur gestorben. Aber dich hat doch einfach einen Boss umgebracht, oder? Ja, genau. Julia hat mich einfach umgebracht. Ich konnte es am Ende leider nicht erklären. Ich stand neben der Tricksterbox und war Meier und wollte eigentlich drücken, wenn da wer rausspringt. Aber dann ging das Licht auf. Mir war das Cosplay nicht. Das war panikt. Das ging nicht. Ja, weil ich nicht weiß, ob, wenn das Licht aus ist, die Tricksterboxen aufgehen. Wenn, sieht man ja. Aber sieht man auch Tricksterboxen, dass die aufgehen? Ja, das sieht man. Deswegen, da war ich nicht. Ich so, gehen die Tricksterboxen auf. Ich weiß es nicht. Dann hast du einfach gedrückt. So, like, oh ja, drück halt. Julia, du denk das nächste Mal dran. Ich hatte die Gesserrolle. Ich hätte dich super easy rausgessen können. Ja, natürlich. Aber ich wusste, also in dem Moment war mir schon klar, dass auch der Böse mich hätte rausgessen können. Ja, aber wir... Aber denk dran, wenn du wieder Gesser bist und du irgendwas bei mir weißt, einfach nicht machen. Hey, ich war gut. Warum solltest du mich rausgessen? Hey, wir wussten, dass du ein guter Gesser bist, Franz. Also ich war gut. Ja, aber ist das nicht hier so, dass man sich auch so rausgessen... Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020